Die Natur begreifen, funktioniert am besten draußen mit Naturmaterialien. Herzlich willkommen bei Schaumer Garten. Diesen einfachen Rahmen für draußen, bestehend aus einem Fichtenholzrahmen und Drahtseilen, habe ich auf der Gartentulln entdeckt. Zu diesem interaktiven Kunstwerk kann jede Besucherin, jeder Besucher, egal welchen Alters, kreativ beitragen. Mit bereitgestellten Naturmaterialien, sei es eine Schlingpflanze, seien es junge, biegsame Triebe von Sträuchern, kann jeder das temporäre Kunstwerk weiterentwickeln. Die Haselnuss ist geeignet, biegsame Triebe der Sumpfschwertlilie oder duftendes wie die Pfefferminze. Farbtupfer aus Taglilie oder Kapuzinergrässe sind natürlich auch eine Augenweide. Zumindest für kurze Zeit gibt es kräftige Farbtupfer.